hallo liebe freundin des camp meeting ich bin der callcenter crusher mit dem heutigen mittwochs video heute vier relativ kurze anrufe die uns und euch davor bewahren sollen jemals auf so plumpe betrüger hereinzufallen ich wünsche euch viel spaß dabei der spaß beginnt wie ihr sicher wisst nach dem intro hallo ja wer ist da sehr laut weil ich verstehe sie leider nicht ich höre meine stimme bei ihnen haben sie einen lautsprecher an hallo ja ich verstehe sie nicht es ist sehr laut bei ihnen nein die musik ist immer noch sehr laut ich höre sie leiser und die musik immer noch so laut die musik ist immer noch laut und ich höre immer noch meine stimme bitte ich verstehe sie leider nicht die musik ist immer noch sehr laut ja da machen sie doch einfach mal die musik aus und vor allem machen sie einfach den lautsprecher aus weil es ist sehr störend wenn ich meine eigene stimme höre also entschuldigung ich habe keinen lautsprecher das ist ein kipp ja dann ist ihre telefonanlage kaputt ja das kann durchaus sein ich hatte mich bei mehreren angemeldet welches ist ihr projekt es ist war wieder nicht zu verstehen man hört es man hört also ihr headset muss ganz fürchterlich sein nein benutze ich nicht das ist eine festnetzrufnummer da gibt es kein whatsapp ok dann ist das e-mail meyer 123 mailbox.org das ist richtig ja ok super dann ich kann ihnen per e-mail schreiben vielleicht dass wir und was wollen sie mir schreiben also schauen sie jetzt wir müssen nur auf unserer handelsplattform analogien und ich werde ihnen alles wichtiges erklären also aber ich kann ihnen sie können mir erst mal erklären was macht ihre plattform passen mal auf rufen sie doch mal an wenn die musik aus ist so höre ich sie nicht ja aber da können sie mir da können sie mir nichts erklären ich möchte bitte dass sie mich anrufen wenn die musik aus ist ja ok hallo 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 da spreche ich mit herr brümer ja wie geht sie zuerst mal gut und ihnen sehr schön dankeschön bei mir geht alles gut mein name ist markus kwartakowski kwartakowski wie schreibt sich das ja ok und was kann ich für sie tun also herr brümer das geht um so um so geht es das geht um kriptowährungen sie haben sich als kunde auf unserer plattform angemeldet und in dem fall wir ich rufe sie gleich an das konto zu aktivieren wo habe ich mich da wo habe ich mich da angemeldet alles gut sie haben sich als kunde auf unserer plattform angemeldet ja unsere plattform preis bitcoine wie heißt die bitcoine wie schreibt sich das denn wissen sie wie schreibt man bitcoin ja schon aber buchstabieren sie es doch einfach mal ja klar jetzt alles gut herr brümer das bitcoine schreibt man normale wie bitcoin und dazu schreibt man n wie nina e wie emil r wie rudolf bitcoiner bitcoiner mit doppel n oder mit einfach bitcoin und dann n e r oder wie ganz genau bitcoiner mit doppel n okay und wie geht es weiter alles gut sie haben sich dort als kunde angemeldet hallo wie geht es denn weiter ihre webseite bitcoiner.de .com ah ja okay und wann habe ich mich da angemeldet internationale website da steht vor drei Wochen vor drei Wochen ja genau also die seite sagt mir gar nicht aber ich kann ja gern mal mal gucken ich kann hier immer mal aufrufen so ja klar also ich herr brümer das geht um so dass wir können gleich wie sie ihre chance kontaktieren ich habe momentan gar noch nicht gesehen ihre seite macht gar nicht auf keine ahnung keine ahnung vielleicht sie nutzen mit irgendwelche äh vpn vpn nutzen sie vpn was ist ein vpn schreiben sie bitte mal auf google was für ein vpn bedeutet ja wozu ich vpn ja habe ich jetzt eingegeben ne sowas nutze ich nicht wenn sie mit dem vpn nutzen dann nutze ich nicht sagte ich gerade ich habe das verstanden gut ich möchte für sie einfach als information das geben ich habe von sie nicht gefragt was also äh ja trotz allem trotz allem ist ihre webseite weiß und nicht mehr sie haben mich schon dreimal untergebrecht und ich könnte mich ich habe sie untergebrecht ja das heißt übrigens unterbrochen oder so Herr Brümer ich möchte für sie die information geben sie unterbrechen mich jedes mal bitteschön wenn sie falsche frage haben sie können am ende das auch gerne stellen zuerst mal ich möchte für sie die informationen geben wie das funktioniert das geht dann los ja alles gut Herr Brümer haben sie schon von unserer webseite eine nachricht gehalten oder ist immer noch nicht nö glaube ich nicht welche e mail adresse haben sie da von mir hallo welche e mail adresse haben sie da von mir haben sie viele e mail adressen nach verschiedenen ich habe verschiedene e mail adressen richtig ach so ok e mail adresse lautet werne.brümer ok das steht äh minus schwul schwul at md ah ein betrüger hallo betrüger hehehehehe ein betrüger hallo betrüger nein was los mit dir hast du es immer noch nicht aufgegeben sie entschuldigung ich entschuldige nicht nein hallo lustiger betrüger da steht werne.brümer schwul bei dir steht dummerbetrüger am telefon.de hallo Hallo? 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 Hallo, Herr Jürgen? Bitte wer? Ja, schönen Tag, rufe ich in Anita Mauer. Mit wem wollen Sie sprechen, bitte? Mit Anita Mauer. Rufe ich in Anita Mauer, aber ich... Hallo? Hallo? Mit wem wollen Sie bitte sprechen? Mit Anita Mauer? Hier gibt es keine Anita Mauer. Mit Jürgen? Tag Mauer. Stimmt? Bitte? Herr Jürgen? Ja? Den Nachnamen bitte. Tag Mauer. Segemeier. Okay, wunderbar. Wunderbar, dass Sie kein Deutsch können. Was bitte? Wunderbar, dass Sie kein Deutsch verstehen. oder nicht lesen können. Ich verstehe Deutsch sehr gut. Ja, aber lesen können Sie es scheinbar nicht. Okay, warum ich rufe Ihnen? Ja, das weiß ich nicht. Das müssen Sie doch wissen. Ja, Sie werden das unterlassen im Projekt Bitcoin. Stimmt es? Ja, es gibt viele Projekte Bitcoin. Okay, Unternehmen, Cyber Capital. Wir korrespondieren mit Ihnen per Mail. Ach so. Ach so. Ach, Sie sind das. Ja. Ja. Und warum wollen Sie nur per Mail kommunizieren? Verstehe ich nicht. Okay. Und warum haben Sie... Sie haben geschrieben, Sie konnten mich nicht telefonisch erreichen. Jetzt können Sie es doch. Warum konnten Sie mich nicht telefonisch erreichen? Ich war die ganze Zeit im Büro. Warten Sie kurz. Hallo. Hallo. Entschuldigung, warten Sie kurz. Ich bin hier. Warum soll ich denn warten? Ich habe einige Kunden. Warten Sie kurz. Ja, dann klären Sie das mit den Kunden ab. Und rufen Sie mich dann an, wenn Sie wieder Zeit haben. Hallo. 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 Frau May hat andere Kunden gerade... Ja, warum ruft Sie mich an, wenn Sie andere Kunden am Telefon hat? Wie bitte? Warum ruft Sie mich an, wenn Sie andere Kunden am Telefon hat? Um was geht es jetzt? Warum Sie mich anruft, wenn Sie mit anderen Kunden telefoniert? Warum ruft Sie mich dann überhaupt an? Zum Ersten, beruhe Sie bitte, okay? Ich bin völlig ruhig. Sie haben Ihre Daten hinterlassen. Darf ich jetzt bitte die Antwort auf diese Frage bekommen? Wir haben so viele Kunden gerade. Was passiert? Und deswegen ruft Sie mich an, wenn Sie viele Kunden am Telefon hat? Warum? Dann soll Sie mich doch anrufen, wenn Sie Zeit hat für mich am Telefon. Jetzt habe ich Zeit für Sie. Ja, Sie, aber wo ist die andere Frau? Warum hat die mich nicht erst angerufen, wenn Sie Zeit... Okay, äh... Lass Sie mich bitte ausreden! Ausreden! Ich rede immer so! Warum... Das ist fürchterlich. Warum unterbrechen Sie mich dauernd? Hallo? Ja, guten Tag. Spreche ich mit Herrn Vorreiter? Ja, wer ist da bitte? Mein Name ist Nicole Spitzmann. Ich rufe Sie wegen Ihrer Anmeldung an. Sie haben eben Ihre Daten unter unserer Werbung hinterlassen. Sie haben also Interesse an Onlinehandel, richtig? Das ist richtig. Das ist richtig. Ihrer Werbung. Sie sind diese... Genau. ...1k Daily Profit, richtig? Jawohl, genau. Sagen Sie mir bitte, haben Sie bereits Erfahrung in diesem Bereich? Äh, in welchem Bereich? Im Anmelden? Ja, Onlinehandel. Onlinehandlung meine ich. Handlung an der Börse. Ach, Handlung an der Börse? Nee. Okay, haben Sie vielleicht irgendwann Aktien bei der Bank gekauft? Das geht Sie doch gar nichts an. Warum sollte ich Ihnen das mitteilen? Wir kennen uns doch gar nicht. Ja, das sind normale Standardfragen, die ich den Kunden stelle, um zu wissen, ob Sie überhaupt wissen, wie das System funktioniert. Ich weiß, wie man Aktien bei der Bank kauft, aber was hat das mit Onlinehandel zu tun? Na, weil das ist ja... Es funktioniert genau so. Es wird etwas billiger gekauft und zu einem richtigen Zeitpunkt teurer verkauft. Nee, bei Aktien kaufen geht es anders. Wieso? Ja, wenn Sie das nicht wissen, dann sind Sie scheinbar die falsche Plattform für mich. Aktien kaufen ist Aktien kaufen, halten und dann in Jahren wieder mal verkaufen. Das ist Aktien. Ja, das ist genau das, was ich Ihnen gesagt habe. Plus, da dauert das viel länger. Also, da kauft man nicht und verkauft am gleichen Tag, sondern etwas später. Ach so, Sie meinen CFD-Handel. Genau. Ja, davon haben Sie ja nichts gesagt. Das ist langfristig mit Aktien und das, wo Sie sich gerade angemeldet haben, das ist kurzfristig. Da kann man am gleichen Tag verkaufen oder gleich in 5 Minuten. Das war nirgendwo zu sehen. Was meinen Sie, es war nirgendwo zu sehen? Ach, verstehen Sie kein Deutsch. Es war nirgendwo zu sehen, dass es um CFD-Handel geht. Ich bin so aufgeregt. Ich bin nicht aufgeregt. Warum fallen Sie mir eigentlich dauernd ins Wort? Sie fragen etwas... Okay, dann sprechen Sie sich aus. Mit Ihnen? Ja. Wir kennen uns doch gar nicht. Warum soll ich mich mit Ihnen aussprechen? Sie meinen... Ja, weil Sie gesagt... Ah, Sie sprechen so schlecht Deutsch, dass Sie gar nicht verstehen. Sich aussprechen ist etwas... Ich spreche es nicht Deutsch. Jetzt haben wir Sie schon wieder unterbrochen. Das genau ist das Problem. Sie haben mich mit einem Satz unterbrochen. Ja, dann habe ich gesagt, sprechen Sie sich doch aus. Sie wissen gar nicht, was heißt denn aussprechen. Sie meinen ausreden lassen. Das ist etwas anderes als, sprechen Sie sich aus. Okay, dann reden Sie sich aus, bitte. Sie haben es immer noch nicht verstanden. Das heißt, sprechen Sie zu Ende oder so. Aber ist egal. Wir haben jetzt hier keinen Deutschkurs. Ich rufe Sie wegen Ihrer Anmeldung an. Ja, Sie rufen doch in Deutschland an. Dann sollten Sie doch eigentlich minimal Deutsch sprechen können. Ich spreche doch Deutsch. Nee, aber sehr schlecht... Sie sprechen sehr schlechtes Deutsch. Sehr schlechtes Deutsch. Na gut, dann wollen wir uns mal unterhalten. Auf richtiges Deutsch. Ja, dann fangen Sie mal an mit richtiges Deutsch. Dann reden Sie sich aus. Das haben Sie doch... Das wollten Sie doch machen. Sie wollten doch jetzt mit richtiges Deutsch sprechen. Dann müssen Sie sich erst mal ausreden. Was bietet Ihre Firma denn an? Sie wollten sich doch ausreden. Hören Sie nicht... Ich habe gerade gefragt. Was bietet mir Ihre Firma an? Wieso drehen Sie mich an? Weil Sie nicht zuhören. Ich höre Sie zu. Was habe ich denn gesagt? Sie haben gesagt, dass ich Sie unterbrochen habe. Ich habe gesagt, was bietet Ihre Firma mir an, habe ich gesagt. Sie hören nicht zu. Moin. Für das Jahr 2024 hätten sich die Betrüger ja drei Dinge vornehmen können. Verständliche deutsche Sprache sprechen. Den Kunden ausreden lassen. Und ganz wichtig, zuhören. All das werden die auch zukünftig nicht machen. Aber wir versuchen sie auch weiterhin in dieser Richtung zu schulen. Das war's für heute. Danke fürs Zuhören. Bleibt aufmerksam und lasst Euch nicht abzocken. Bis wir uns im nächsten Video wieder hören. Euer Callcenter Crusher